letzte aussage hätte ich auch von dann hätte auch von dante sein können ich war mit bei der entwicklung beteiligt so und ich habe sogar noch zwei drin das lutscht aber ganz schöne dafür brauche ich denn noch greift das auf irgendwie zu das hier echt wassertropfen drinnen tatsächlich dann kann ich ja dort machen ich muss ja erstmal hier jetzt habe ich die tropfen grundlage ist alles natürlich aus glas erstmal erstellen das ist sechsmal glas ist wirklich komplexer als man denkt am heute ist wieder bettag neuer glauben heißt neuen sklaven jetzt gerade voll den weg gelatscht egal ja der busch hält mich auf ey genau der busch ach das ist der busch jetzt ist meine schaufel kaputt das hältst du doch wohl nicht aus ist specki schon da? ne specki ist gerade gekommen also kann ich jetzt gleich beten ich hab OM Polizei auch er darf nicht einfach persever er ist um lasst uns beten und sechs glauben schon bekommen finde ich sehr gut acht glauben neuer bediensteter sehr geil 16 jetzt bin ich wieder fast auf dem stand wo ich das versucht habe mit der lizenz zu kaufen der teils ich kann bald eine neue bedienstete haben das glas ist auch schon fertig brenne für mich baby brenne ich brauche noch die märchen hatte ich die märchen hier reingepackt gehabt oder ja ja filiana da kam nichts runter ne voll die sauererei habe ich behalten habe ich aufgefangen sie ist ja ich bin arm wie die kirchenmaus noch jedes bisschen 19 kohle schon muss man sagen schiebung so jetzt ich schlucki mit der mutter reingepackt reingepackt ok davon brauche ich zwei stück was kann ich denn noch vorher bauen alter was brauche ich dafür polierten stein ey mann das ist so hart was ist das für ein arbeitstisch weil da glas ist achso das ist der standard tisch ne ach nöns was macht ihr da mit dem hammer ne mach doch mal kurz mit bei dem hammer zwei mal dieses spezial glas hier bist du immer noch nicht fertig und es gibt blaue punkte krass so was brauche ich denn für polierten stein ne das ist verkehrte rubrik ein weiter irgendwo hatte ich den gesehen das ist der polierte stein ja der steinschneider zu boah rassi mir doch die eier was für ein scheiß was für ein scheiß ich habe meine schaufel immer noch nicht gemacht wieso brauche ich dafür immer glauben hm 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 hey ja okay es ist klar dass man da dann mehr bekommt aber trotzdem das ist voll das ist so gemein das habe ich gar nicht verdient ich bin nicht zu meinen angestellten sogar wenn ich da nicht irgendwie sind rein fächern dass das schneller geht ich hatte mehr an glauben arbeite ich gerade so das ist fertig das ist so das gemein der sich dafür krieg ich da drei raus oder ich krieg da drei raus ok renne schneller los renne schneller ich hab's eilig brenn schneller ich drehe noch durch bin ich schon ich brauche wieder eine gute leiche da habe ich noch ein handsam aus ernsthaft wer wer was wie ich will euch beiden ja nicht zu nahe treten ich habe dieser draufgegangen alle drei da ich habe ein zu weit gelesen meine frau ist jetzt abhängig immer noch schon wieder ich war ich mir doch einen weg danach muss ich noch definitiv noch hoch honig holen weil ich ich glaube das wird nämlich nie ausreiche 1 2 4 doch reicht aus für die nächste predigt gabe lüsterne blicke ich will hier aber auch nichts wegwerfen du bist eine schriftrolle du hast ja gar nichts zu suchen wo kommst du jetzt hier rein in diesen supergeilen schrank so gläschen gucken abbruch und gläschen gucken halt hier mit tisch oh man so davon brauche ich sechs davon habe ich glaube ich noch welche fertig und diese spezial dinge brauche ich drei stück doch gleich ist sogar 7 es ist auch scheiße mein steinschneider stahl machen und er macht jetzt zwei auf mal er fehlt mir echt ein hier ist noch der handmischer und die einfach mache ich die mit dem handmischer dann mache ich bestimmt die farbe handmischer es arbeitet hier echt nach arbeit man hat ja sonst nichts zu tun boah wie lange brauchst du denn schön und gut dass du jetzt zwei auf den ball machen kannst aber aber ich könnte mal in der zeit mal kurz rüber gehen und mal meine schlubbustatum so kudevakova schlubbustatum so kudevakova flüchten also die quatschen mich nie nochmal ein weil nämlich ein neuer mitarbeiter ist angekommen ich hoffe der taucht auch was wenn es wird da verbrannen rufen drei kannst du sechs auf einmal machen weiter weiter das ist hart ja doch den behalten wir den machen wir als zombie ach mir fehlt da noch was hat den glauben vergessen diese vegane mixtur erwachen zum leben wo macht man seine mitarbeiter bleibt schön fleißig kann ich eigentlich hier auch oben abbauen marmor steinbruch bauen da muss ich sogar extra steinbruch für fertig machen das ist hart sehr hart ok kriegen wir alles hin da 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 "... Bis zum nächsten Mal.